Jeder kennt den Gottesanbeter, doch keiner weiß, dass er meistens einen Parasiten in sich trägt. Doch wir werden ihn jetzt retten, schaut selbst man sieht in seinen Augen die Erleichterung. Das krasse der Parasit übernimmt die komplette Kontrolle über den Gottesanbeter und kann sogar im schlimmsten Fall den Menschen anstecken. Zu unserem Glück sind solche Ansteckungen selten und für uns sind diese Parasiten ungefährlich. Folgt mir für mehr Baba-Content. Untertitelung des ZDF, 2020